Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben im letzten Video gesehen, wie wir die Datenbank-Kontext-Klasse von Entity Framework relativ einfach nutzen können, damit A Entity Framework weiß, welche Klassen sollen denn überhaupt in Tabellenform in einer relationalen Datenbank abgebildet werden. Andererseits haben wir dann diesen InvoiceDB-Kontext hier eben erstellt und einfach mal Speicherobjekte, also Objekte, die bei uns im lokalen Speicher liegen, eben direkt gegen diesen Datenbank-Kontext registriert und dann einfach mit Safe Changes diese Daten wirklich in die Datenbank übertragen. Und dann kam sofort die Frage, hey, in welche Datenbank geht es denn überhaupt? Und die Antwort steht in dieser Datei AppConfig hier oben. Diese wurde nämlich aktualisiert, als wir mit NuGet Entity Framework im vorvorletzten Video installiert haben. Und wir sehen eben hier, wo das Ganze denn überhaupt landet. Prinzipiell erstmal, AppConfig ist eine XML-Datei, die man auch noch dann anpassen kann, wenn der ganze Code kompiliert ist und an den Kunden ausgeliefert wurde. Das heißt, wir können mit allem, was wir hier eben festlegen können, das Laufzeitverhalten unseres Programms durch Konfiguration nochmals ändern. Und dazu wird eben immer noch sehr häufig XML eingesetzt, sowohl in Java als auch in .NET. Und hier kamen eben jetzt ein paar XML-Knoten hinzu, die sich eben allein mit Entity Framework beschäftigen. Und zwar, in welcher Datenbank das Ganze denn eigentlich landet. Und wir sehen eben hier, in diesen Config-Sections wird quasi hinzugefügt, hey, es gibt eine Config-Section für Entity Framework. Das sagt letztendlich nichts anderes aus, als dass hier eben ein Knoten Entity Framework ist. Der eben dann auch Computer unterstützt vom .NET Framework ausgelesen werden könnte und so weiter. Und hier innerhalb dieses Entity Framework-Konfigurationsknotens gibt es eben dann auch die Default Connection Factory. Und hier sehen wir jetzt eben, dass wir hier sowas wie LocalDB haben. Und genau in das schreiben wir rein. LocalDB ist ein Datenbank-Server. Das kann ich auch mal nebenbei noch hier so mit hinschreiben. Wir schreiben eigentlich in LocalDB rein. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein MS-SQL-Server, also das Datenbank-Management-System von Microsoft, der aber standardmäßig nur aktiviert wird, wenn eben Datenbank-Verbindungen zu ihm aufgebaut werden. Ansonsten läuft LocalDB eben nicht. Der Punkt ist, LocalDB ist eben für Softwareentwickler gedacht, die Integrationstests fahren oder Integrationsbeispiele, wie das eben jetzt bei uns der Fall ist, indem man mal schnell was in eine Datenbank schreiben möchte oder mal eine Datenbank auslesen möchte. Genau das ist eben hier bei uns der Fall. Wenn wir aber Visual Studio wieder schließen, beziehungsweise eigentlich, nee, wenn unser Programm geschlossen wird und wir in Visual Studio selbst keine Verbindung zu dieser Datenbank aufgebaut haben, dann ist es eben so, dass LocalDB nicht läuft. Und das ist eben der Vorteil. Datenbank-Management-Systeme sind nämlich relativ große Speicherfresser. Ein Beispiel für andere Systeme wären zum Beispiel eben der MS-SQL-Server selbst oder Oracle. Das ist eigentlich mit der bekannteste und wahrscheinlich häufig genutzteste Datenbank-Server zur Zeit, der eingesetzt wird. MySQL wäre noch eine Datenbank, die mit dazu gehört. Und Postgres fällt mir noch ein. Genau, das sind so die Datenbank-Management-Systeme, die wahrscheinlich mit am häufigsten eingesetzt werden. Okay. Also wir schreiben in LocalDB, das wird automatisch mit Visual Studio installiert und läuft eben standardmäßig eigentlich nicht mal, wenn wir das nicht wollen. Wir werden jetzt durch Vue Server Explorer, kann man das nochmal hier direkt anschauen, also wir wählen jetzt diesen Menüpunkt Server Explorer hier oben auf in Visual Studio, eine Verbindung mal direkt zu dieser LocalDB aufbauen und im Speziellen eben zu unserer Datenbank, damit man das machen kann. Wenn man hier den Server Explorer sieht, geht man eben auf Data Connections, macht hier dann einen Rechtsklick und sagt Neue Connection, also Add Connection. Und hier müssen wir jetzt eben, das ist ein bisschen das Problem an LocalDB, da es ja standardmäßig nicht läuft, müssen wir hier den Namen von LocalDB eben direkt eingeben, ohne dass wir hier jetzt eben aus der Liste der existierenden Server direkt einen auswählen können. Also normalerweise wird jetzt hier eben gesucht, gibt es im Netzwerk irgendwelche Datenbanken, die laufen und man sieht eben, bei mir ist das jetzt hier nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich hier eben LocalDB, Klammer zu, Slash V11.0 eingebe, ich kann sie auch nochmal groß machen, damit man das etwas genauer sieht, das ist eben die Adresse von LocalDB, dann können wir tatsächlich darauf zugreifen und wir finden hier unten jetzt eben Hello World Invoice DB Context, das ist unsere Datenbank, die erstellt wurde und wir können jetzt hier OK klicken und jetzt läuft LocalDB auch tatsächlich und wir können jetzt uns hier mal die Struktur unserer Datenbank anschauen. Also, eine Datenbank ist, wie schon einige Videos vorher gesagt, aufs Tabellen aufgebaut und Entity Framework hat tatsächlich eben diese Tabellen für uns gebildet. Entschuldigung, das wollte ich natürlich so machen. Die Migration History ist eine interne Tabelle, in der wir, wenn sich an unserem Datenmodell etwas ändert, dann muss sich natürlich auch die Tabellenstruktur ändern und das wird alles in Migration History mit eben festgehalten und verwaltet von Entity Framework. Diese Tabelle ist für uns nicht interessant, deswegen ist da auch ein Underscore davor, aber eben unsere Klassen Article, Invoice, Item und Invoice sind eben hier direkt in den entsprechenden Tabellen mit abgebildet. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal hier direkt in die Articles rein. Ich mache einen Rechtsklick und wähle Show Table Data und wir sehen jetzt eben hier, wie vorher schon gezeigt, so sieht eben dann ein Tabelleninhalt aus. Wir haben jetzt natürlich nur drei Elemente drin, normalerweise hat man in so einer Produktiv-Datenbank mehrere Tausend bis mehrere Zehntausend, manchmal ein paar Hunderttausend Einträge in einer Tabelle, kommt je nach Anwendungsfall eben darauf an. Aber im Prinzip haben sie dann halt einfach mehr Einträge hier und vielleicht noch mehr Spalten natürlich mit mehreren Foreign Keys. Das ist eben eine Tabelle, die hat überhaupt keine Foreign Keys. Aber eben hier haben wir trotzdem den Primary Key für jeden Eintrag. Der wurde automatisch von Entity Framework vergeben. Wir haben das nicht explizit im Code gemacht. Und hier sind eben trotzdem die Eigenschaften unserer Objekte festgehalten. Also hier nochmal wirklich hingeschaut, wie man das sehen. Egal welches Objekt ich hier erstellt habe, ich habe nie die ID gesetzt. Nie. Das wurde alles selbstständlich von Entity Framework vergeben, als ich hier Save Changes aufgerufen habe. Und das sollte man auch selbst nicht machen, dass man die ID festlegt. Ja, interessant sind eben hier die Invoice Items beispielsweise oder die Invoices. Da kann man ja auch nochmal mit reinschauen. Wir haben hier eben bloß eine Rechnung, die eben auf mich ausgestellt ist. Und das ist eventuell auch noch interessant. Wir haben hier in dieser Tabelle keine sonstigen Einträge. In der Klasse selbst haben wir ja noch eine Liste auf Invoice Items. Die wird hier nicht abgebildet. Der Punkt ist einfach, wie will ich denn hier eine beliebige Anzahl an Invoice Items innerhalb einer Zeile abbilden. Das geht nicht. Ich habe immer eine statische Struktur in Tabellen. Ich kann ja nicht einfach beliebig Spalten hinzufügen. Und da eben sagen, dieser Eintrag referenziert die Invoice Items 2, 7, 88 und 99. Das wäre Blödsinn. Das ist mit einer statischen Tabellenstruktur nicht möglich. Deswegen ist es natürlich interessant, wie sieht denn Invoice Items aus. Und das ist eben eine sogenannte Verknüpfungstabelle. Wenn wir das jetzt mal hier sehen. Die verknüpft eben Rechnungen mit den entsprechenden anderen Sachen, jeweils über Fremdschlüssel. Also hier sehen wir jetzt beispielsweise die Artikel-ID. Was gehört denn zu diesen Kosten? Das wäre eben hier, glaube ich, die Seife. Die hat nämlich Artikel-ID 1. Und die Rechnungs-ID ist natürlich immer 1 in diesem Fall. Und davon habe ich ja 2 gekauft. Und hier haben wir eben das Invoice Item 2. Das war der gefälschte Schnurrbart mit der Anzahl 1 und eben Artikel-ID 2. Genau. Okay. So sieht eben die interne Struktur aus. Und wenn man dann natürlich auf andere Datenbank-Server geht, dann würde man natürlich auch hier bloß in der App-Config anpassen müssen, in was wir hier standardmäßig schreiben. Das wurde aber grundsätzlich erstmal auf LocalDB gesetzt, damit wir leicht damit testen können. Und ansonsten haben wir mal gesehen, wie eine Tabelle intern wirklich aussieht. Wir haben gesehen, wie wir mit dem Server Explorer explizit auf bestimmte Datenbanken zugreifen können. Und damit sind wir eigentlich schon fast am Ende mit dem, was wir hier eigentlich alles in diesem Beispiel mit Entity Framework machen wollten. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und im nächsten Video werden wir nochmal eine Zusammenfassung für objektrelationale Mapper machen. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald.